Hallo meine Lieben, Willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online. Computer-Lockbruch des Captains. Wir befinden uns nach wie vor im Delta Quadrant. Einer für uns nun ja relativ unbekannten Regionen des Weltraums. Das Raumdok der Sternenflotte wird nach wie vor aufgebaut. Neu Ingenieursco der Sternenflotte hier. Und unsere Aufgabe ist es nun hier Delta Quadranten zu patrouillieren. Da kennt Aponite-Chainway, der einige Vorkommnisse mit Pentalern so erwähnt hat. Ja, deshalb machen wir uns noch nicht auf den Weg. Steuermann, setzen Sie einen Kurs. Geig! Geig! Es ist 32 Jahre, seit Voyager hat seine Reise gespielt. Wir denken, dass wir den Delta Quadrant hinter uns verlassen haben. Wir waren falsch. Geig! Die Gätepläne zu dem Quadrant sind öblich. Die Auswahl die wir haben lange dauern. Wir werden jetzt helfen die Freunde, die wir hinterlassen haben. Und kämpfen die Schmerzende Gäufe. Die ersten Reise durch den Delta Quadrant war eine solitäre. Die Wagen müssen wir nachher zurückkehren. Wir müssen zurückkehren, um die Dinge richtig zu schaffen. Diese Zeit, wir müssen uns umgekehrt, um zu überleben. Wir werden die Pintale unterstützen. Top-Headowenkeladen. Volle Steuerung. Volle Energie wie Faser. Feuer! 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 Heel, heel, ha! Die Beinthian Guard. Unsere Schäden indicate dass dein Schiff ist arm und operativer. Und du hast den Beinstraten deinem Geist in eine weitere Operation verhindert. Du bist entweder mit unserer Squadron als Deputatoren Protektorin oder sofort entfernt die Bereich. Du bist jetzt mein Deputat. Wir sind hier um ein Suspekt für viele Systeme für kreis, nicht limited zu theft, Verstehung, Verstehung, Verstehung von Privatemgebnissen und Verstehung. Als du gekommen bist, waren wir mit einem dieser Kriminale Lieutenanten. Wir haben den Suspekt in diesem System geholfen. Deine Unterstützung in diesem Fall ist notwendig. Und verpreidigt. Es sieht aus, dass unsere Kampf uns beobachte. Wir gehen über und fragen, ob der Boss der Böse aus dem Gehör. Verstanden. Störmann weiter. in die station torpedobänke laden felsen bereitschaft Tachionstrahlbereitschaft. Tachionstrahl einsetzen. Mein Kommando. Jetzt. Zweieinige Defaser. Ablegung von der Uhr. Feuer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Feier! Okay, nehmen wir uns den letzten Kreuzer der Kräser in Format. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Torpedos laden und Feuer! Ablegung von der Uhr und Uhr. Torpedos vor den Schweren. Feuer! Torpedos vor den Schweren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Torpedos vor den Schweren. Torpedos vor den Schweren. Torpedos. Torpedos vor den Schweren. Das war's. Das war's. Okay, nehmen wir uns diese Träger vor. Das war's. 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 Sehr schön, nächstes Ziel, probier das Land und feiern. Beidrehen, konzentrieren Sie das Feuer auf Ihr Flaggschiff. Beidrehen Sie das Land und feiern Sie das Feuer auf Ihr Flaggschiff. Vielen Dank. Ah, das wird der Spiegel. Ich bin der Spiegel. Ich bin der Spiegel. Das war's für heute. Sofie, das war's für euch! Das ist gut, das ist gut. Wir senden eine pacifizierungspartei, und nehmen den suspecten. Danke für Ihre Unterstützung, und willkommen in diesem Sektor. Wir empfehlen, dass Sie unter andeinander in den Raum geschlossen sind. Es gab viele Kurbelänte Aktivität vorhin, und viele Berichter für die Reise. Verstanden. Sollst du noch etwas, das wir wissen sollten? Faszinierend. Danke für diese Information, Commander. Wir haben es von hier. Ein Ursache, Commander. Wir verlassen jetzt das System. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020